also was war also habt ihr eine Idee wie wir es machen das kann ich auch zuerst suchen kein Problem und dann wer zuerst gefunden ja warte alle anderen zuerst suchen dann können sich ja zuerst verstehen kommen das nicht mal zuerst suchen dann äh ich gucke hier in Richtung Wand ja es gibt ja eh keine Map zum Ausblenden oder so äh gehst du mal ins andere Team? oder ne äh ach stimmt ins andere Team stimmt ja ach stimmt ja äh Niklas kannst du da hinten bei den Odinbots hingehen und da hinten dann zum Wasser hinkucken ja klar stimmt stimmt ok so ich kann ja sich dort verstecken zwischen den Odinbots ich weiß ja nicht ok ich gucke mir jetzt den Wasserfall an ähm ähm wie viele Sekunden machen wir denn wie lange braucht ihr zu verstecken ist halt auf der eh schon äh 30 Sekunden denke ich mal ja 30 Sekunden sollten reichen 3 Sekunden? 30 achso warte kurz ich bild mir kurz was damit ich noch schneller 1,2,3,4 ok ich bin jetzt bei 30 ok 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 wir machen das so ich muss mit einer mit meiner 2 treffen ja wenn ich mit 2 treffe heiß gefunden ja ja weil es ist fair denke ich dann brauche ich kurz move in speed ja schon wieder das cool angenommen damit du das ob du machen kannst das oder machen wir ohne ist mir eigentlich egal ja hast du halt mehr chancen ne ja aber wenn ich dann einen verliere weißt du ich sehe euch schon durch die wand blinken wenn ich euch entdeckt habe so dürfen wir weglaufen wenn du wenn du uns ja wenn du in unserer nähe warst klar ja ich habe halt keine items keine relikt ne haha ich bekommst du safe dann kaufst du nicht heimlich mal gucken ob hier einer schon beobachtet wird ich war noch ganz schnell drüben und hab mir noch ganz schnell random items gekauft wenn der das den niklas schon gezählt hat ok ich finde immer was haha das könnte ja jederzeit einer von mir auftauchen ich muss nur konzentriert bleiben hier die ecke kontrolle machen haha ihr könntet überall sein ich muss zickzack laufen dann ist aber wo wäre lustig für dieses äh für dieses der wird einfach auf einmal zum platz nein da war einer nein gleich habe ich meine zwei wieder dann hab ich dich ich glaub doch an du ich glaub doch an du ich glaub doch an du gleich hab ich dich ich glaub doch an du ja gleich hab ich dich gleich hab ich dich okay Andy hab ich ok dann fack ich mich jetzt ab hallo Niklas du möchtest nicht mal mit dem feiert syl ich will mal kurz kontrollieren ob der sich irgendwo in der ecke verkämmt hat das ist gar nicht sagen wenn er tipps geht dann ist es kevin selber hier was siehst du was ich wollte ja dankeschön ich habe gedacht dass sie dreiden zeitlang nur geht aber die geht ja für immer erst mal die unienboss allein abgehen ja wohl versteckt sich keiner dazwischen du warst schon einmal ganz heiß an mir dran wenn er bei dir ist dann bist du einfach gleich einfach weg ja das ja auch das lustige am spiel ganz heiß an mir dran wenn ihr mich sehen würde beim laufen das ist schon wert ich habe dieses wieder gefunden an die kummer hier ist jesus ich sehe jesus jetzt aber ich habe einen finger gefangen was sagst du jetzt der sieht jesus suche einfach mal weiter rum ich schaue es jetzt heißt also ich sagte das heißt es geben an die nur er dass seine eigenen tipps geben ich gebe den selben tipp noch mal überstehen mal ganz heiß an mir dran es ist furchtbar wissen was mich fertig im kopf ich kann sagen in in dem gebiet wo du gerade bist bei den mädchen bin ich nicht also ganz heiß doppelt tipp ich verstehe schon ja deswegen doppelt tipp hallo ja ja wo bist du wo bist du denn wieder hin hallo er hat bestimmt weiter gerannt ich habe odins gesehen er ist verschwunden nein und kevin wie geht es dir heute so wo bist du jetzt meine drei hatten 17 sekunden 18 sekunden kunde ich hätte nicht gedacht dass ich habe noch ein bisschen cooldown ich habe noch ein bisschen cool da ich habe also und ich bin gleich wieder da an dem auf der weg okay wir spielen so der gefundes darf man behindern jetzt ja wartet nicht die ganze zeit wo setzt man den cooldown zurück komplett also das ist das ich glaube ich glaube dass links neben tower und phoenix glaubt da ist das und jetzt ist nicht durchsetzen sondern dass das mit dem kunden verringern und und zurücksetzen ist zwischen feiern und minions so gut dass ich das hier jetzt einfach schon komplett auswendig gerne an die so dass es nicht machen du hast einen kleinen team mit kevin hallo 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 wo warst du ich habe darauf gewartet dass du mich nicht ansiehst sie habe ich dich auch abgefuckt damit du von mir weg gehst jetzt habe ich kevin ganz tief in die augen jetzt das ist auch dass dieser ein typ dich wahrscheinlich nicht finden wird weil du so lustig dass ich habe absolut keine ahnung wo ihr seid also ich schütze hier einfach der op-tipp ich kann auch den tipp geben wenn es gibt passt zu dieser zu diesem teil du bist schon ganz schön heiß ne ja 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 schon dankerrand ich seh den da der ist auf der anderen seite das kommt falsch der timer war nur bei 9 deswegen weil ich mir so dachte ich steht auf schluss wir sehen dich durch die wand außerdem und du bist jetzt bei jesus es macht mega spaß ja ich kaufe mit erstmal ganz viel movement speed ich auch guckt einfach mal jetzt nur nach oben dann sehe ich noch weniger okay war durch die echt zuerst versteckt am fire giant erwartet überhaupt ich guck gerade ich war die ganze noch ein plus also ich habe also ich glaube ich kann ich glaube ich nicht entdeckt habe nein du hast du warst nicht beim plus ich war es auch nicht auf dem plus das einzige wo ich war sagt jetzt in fünf sekunden mit und nicht gleich plötzlich 4 3 2 1 weiß es auch wenn ich ihn gleich erfangen werde bestimmt ich hab dann mit spiel gesehen das solltest du nicht kaufen scheiße wird auch dass ich witzig so ungefähr auch bei mir ich wurde direkt gefunden sie ist halt die auge von der 3 ist relativ groß die sind so groß wie so ein fucking gang hier sprich kann halt hier einfach den gang einfach so entlang gehen und findet halt ihn wenn er da sind würde für die theorie aber auch nur eine theorie na keffi jetzt weißt du wie es mir entgegen die ganze zeit ja mir macht das nicht wirklich viel aus ich wüsste wie ich euch so nah bei mir bleibt mal hier ich sehe euch ja nur weil das er kann ich was cool dann hatte ich könnte aber etwas abstand von mir nehmen wäre net kann man die witzenden gehen ja ich seh'n Guren durch die Wand ich mein halt hier beim Dingezahlen könnt ihr halt nicht sehen äh ich seh'n Guren durch die Wand du siehst'n Guren durch die Wand ok aber ey ich bin echt ich find's echt interessant dass ich den Guren von anderer Seite ich glaub es wäre klüger wenn ich jetzt mal meinen Ort wechsle oder? nee nee bleib mal er dreht grad eine ganz große Runde na ich hab grad hier ne Ehrenrunde gedreht oh Witchblade ist so ärgerlich gewesen ja aber ne gut ich bin halt auch durch dich durchgelaufen ja also ja bei der Golfschule drinnen sein kann er ja nicht dann hätte er da auf den Argo auch wenn er sich nicht dran machen würde meine ich ja also das Argo ok tipp ich habe Buffs gesehen Odinbots Buffs ist das einzige wo ich weiß das noch nicht war warte mal wenn ich so mache ok das ist um zu wissen nee warte mal aber die bleiben in die Richtung oh aber man könnte doch geh mal raus man könnte doch in der Theorie auch dann einfach halt so machen ja aber hier läuft doch hier durch nein es sei denn man lässt den Buffs nur jetzt brauchen der aber noch sichtbar ist das ist auch ne gute Idee warte so ja oh hm mir klassisch sie ist aber echt als dass du dich promotest daher dass du dich angreißt oh das wird ja wieder von mir weggerannt ich verwolge genug ja du folgst ich seh's ich seh's ich seh's wenn ich mal einen tipp geben darf er hat schon immer seine position gewechselt ja das hab ich mir auch schon gedacht weil ich halt schon überall einmal durchgelaufen bin deswegen lauf ich gerade auch erstmal einmal im Falle tipp gegen position gewechselt ey hier da ist Andi Tier 1 oder ist er Tier 2 ist er der phoenix oder ist er ein Minion oder Minions oh ich glaube er ist der phoenix er ist der phoenix okay also wenn du möchtest musst du aber auch nicht können wir das eingrenzen von fire giant bis godbots und von buffcamps bis goldfiro auf welcher Seite bezüglich er ist zwischen fire giant und godbots aktuell könnte sich ja noch ändern okay war da einfach so blöd und hat sich einfach dahingestellt wo über niklas gerade eben war so hier ne ne so dumm ich auch nicht ne so dumm ich auch nicht ne so dumm ich auch nicht renn na ich habe kein Witzpult ich habe nur ein Witzpult hab ich ja der zweite Eichwitz mit dem Witzpult also du hast dich in die Richtung von den Odin's weggedreht ne und zum Wasser hin oder ok schönes Tor Und, Andi, wie ist dein Tag so? Gut. Schön. Ich suche jetzt nach euch. Okay. Hat sich irgendwer zwischen diesen Odins verstanden? Bezweifle sie. Bezweifle ich auch, aber es könnte sein. Nein. Nandi, was machst du gerade? Da rennt er. Wer ist gerade der Ritter? Wir sehen. Bei den Minions. Ja, ja. Der Ritter nach hin und her. Jetzt ist halt aufgelaufen. Nandi. Da rennt er wieder dahin. Jetzt ist er wieder bei den Odins. Vielleicht schillt hier noch irgendwer auf der Seite. Versteckt sich jetzt wieder mal zwischen den Odins. Nö. Guck mal, ich bin. Folgt den Stern. In die Krippe. In die Krippe. Geh deinem Weg, stell dich der Gefahr. Bei allem, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Oh Gott, Furi, stört mich gerade etwas, sie bringt gerade um. Hat mich etwas gestört. Du sollst nicht fahren, du sollst uns suchen. Ja, ja, ich habe die Gott schon umgebracht, weil die mich angegriffen hat, wenn das nicht gesucht hat. Ja, aber die wären nur so, ich habe schon fünf Flugzeuger so beigeflogen. Fünf Stück. Ja. Ja, ich habe schon Gänsehaut, du. Ja. Ich bin drückt gefühlt. Egel, du. Ja. Kann man das sehen? Das ist eine gute Frage. Leg das Kuppe bei mir. Das ist so das Längste von allen. Ich habe mal kurz meine Position markiert. Andi, sag mal Mäuschenpilz und wir machen mal Symbole und die Luft. Der hat kurz seine Position markiert, schön, dass ich keinen Minimap habe. Nein, nein, Minimap würdest du auch nicht sehen. Ich will nur einen anderen Teams auch mal. Äh, Kack. Kack. Ey, so seid ihr in der Richtung. Seid ihr in der Richtung? Das ist rot, seid ihr. Ähm, Goldfury und Buffs. Du glühst mich. Ich frage mich echt, kann er das sehen. Sag mal, Andi, siehst du eigentlich manchmal was rotes? Oh Gott. Oh! Hallo! Ich habe dich gesehen. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Irgendwann musst du hier wieder weg. Ich habe dich zusammen verstanden. Ah, da, hallo. Nee, ich könnte ihn halt auf die Wände sehen, ne, ne, oder was zu zählen. Die Person, die hier gerade rumgesprungen ist, wäre sie dumm. Möchte wer hier den Denise kämpfen? Wie ist denn das jetzt passiert? Ich habe gewechselt. Achso. Könnt ihr mir meinen Tipp geben? Nö. Ich habe gerade nein gesagt. Alter, ich hätte dir gerade dein linkes Ohr abschlabbern können. Alter, ich habe dir nie, ich habe dir die Hosentasche gefasst bei mir. So nah war ich bei dir gerade. In der Audience bin ich immer noch nicht. Ich habe gerade aber jemand von euch da hinten gesprungen. Aha. Hast du ihn getroffen? Mit der zwei? Nein, noch nicht. Nein, leider nicht. Wenn du verratest, wo Niklas ist, dann lasse ich dich laufen. Nee. Nee, kriege ich mich eh nicht. Hm? Glaubst du auch noch nicht? Oh, weißt du, ich bin gesprungen! Aha. Hat er dich? Ich bin gesprungen! Du bist gesprungen. Du bist gesprungen. So. Niklas, einen Tipp bitte. Einen Tipp? Ich sehe Steine. Du siehst Steine. Einen schönen grauen. Einen schönen grauen Stein, ne? Ja. Mit so Ecken. So Ecken? Ja, ja. Ist der so glatt auf den Seiten oder so eher spitz? Ja, würde ich mal sagen. Hey Kevin, welchen Stein guckt dein, welchen Stein guckt dein gerade an gerade? Ich will mal gucken. Wo ist der oder der? Ach, den hier, okay. Beschreib mal deinen Stein. Mein Stein ist, äh, so seitwärts. Meiner auch. Also so auf die Seite, es wäre so eine Wand. Ja, so ungefähr. Und der andere bringt mich gerade um. Ey, was weh ist davon. Mein Stein sieht so ähnlich aus wie deiner. End. Okay. Okay. Also kannst du... Ich kann dich auch beim nächsten Mal einfach verraten. Nämlich die vier, seit du hier springen. Ja. Ich hab gehört, wir füllen eine neue Regel ein, die wir dürfen nicht reden, die Regel gesucht werden. Du mir mein... Ach, hallo Circle. Hast du die eine Circle oder die andere Circle? Welche Circle bist du? Okay, du warst die Kevin Circle. Ja, ich war die Circle. Kevin. Ist grad ein Dorfbewohner gespawnt bei dir? Ich hab grad die Flasche in die Tür verfolgt. Weißt du was? Du bist wieder hier. Du hast so wieder gehackt, Alter. Hallo. Hallo. Ja, Andy, du musst mich auch anfangen zu suchen. Wie lange, wie lange war ich hier? Ich will nicht so. Na, wie gefällt dir so dein Team-Mate Niklas? Sehr schön. Ich muss sagen, Andy, ich hab meine Position während ihr euch erscheint ein bisschen geändert. Okay. Ne, Typ, liebe ich dir. Kevin. Ich sehe eine Zahl. Ich kann auch einfach... Ich sehe eine 25. Ich sehe eine 25. Du siehst eine 25 gefeiert, da. Ich kann... Ich kann... Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ne, ne. Kann dir eine Circuit bitte auch vor mir zu bobsen? Ja. Ah, du siehst eine 25? Ich bin da schon näher. Ey, die 25 ist gerade verschwunden. Okay, jetzt ist das eindeutig. Und die andere Circle will ich bloß umbringen. Können wir die Regel eigentlich noch nicht abpacken? Wenn ich meine 1 mache, dann bist du tot. Ne, ich würde sagen, Töten ist verboten, oder? Ja, ich will ihn natürlich töten, aber... Du tötest mich aber! Kann ich ja nicht früher. Haarig. Haarig? Haarig! Wo ist denn dein Haar? Ich gebe dir einen Tipp, ich habe meine Position... Letztens bei den Odin war es noch nicht einmal geändert. Oh! Also bist du immer noch bei den Odins? Weiß ich nicht, aber ich habe meine Position auf jeden Fall nicht geändert. Weiß ich auch nicht, ob du dann nur diesen wirst. Wo genau bist du auch ziemlich dumm. Weil das ich selber nicht weiß. Ich habe mir meine Position nicht verändert. Was? Was? Kevin. 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 Ja. Kevin, ich bin gleich wieder tot. Was? 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 Ich glaube es sind immer noch Odins. Ich glaube es sind immer noch Odins. Ich glaube es sind immer noch Odins. Ja. Ja. Kevin. Kannst du mal aufhören? Hallo Niklas. Muss mich erstmal fangen. Er hatte schnell willkommen als ich dachte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist ein bisschen lecker. Kann ich vielleicht auch den Chat lesen was ihr da reinschreibt zu deinen Info. Kannst du? Ja kann ich. Ich habe... Deswegen bin ich am Anfang auch noch einmal zu den Odins gegangen. Achso. Neu. Achso. Ich hab mir jetzt so nett geschrieben was. War ganz schön knapp du. Ich dachte wirklich ich kann noch länger mit dir spielen. Mit Kevin hör mal auf. Ich dachte du hast das Offensivste versteckt. Welches ist so versteckt dachte ich mir gerade. Wer dachte ich welch? Sie meint das geht es halt auch nicht. Ne. Beschreib mal deine Umgebung nicht was. Hm. Rasen habe ich hier mit ein paar Stein am Boden. Hm. Rasen ein paar Stein am Boden. Hm. Ich sah da gerade... So Steinplatten oder? Eher so spitze Stein. Was für Steinplatten? Ja so könnte man sagen. Oh Gott. Hallo. Sie habe ich gerade nachgefragt ob das so Steinplatten sind. Der andere Circuit bringt mich gerade um. Erinner dich an die Regeln. Hast du dich umbringen? Ja wenn du nicht in die Base zurück gehst. Ich werde meine 2 dauerhaft weitermachen und auch meine Ult. Nö. Das heißt überhaupt nicht einfach nicht umbringen. So hieß die Regel. Oh. Regel gebrochen. Das ist ja auch Regel gebrochen. Und wie sieht deine Umgebung jetzt aus? Steinig. Ja steinig. Ist ein gutes Wort. Steinig. Ich kann das auf jeden Fall sehen. Sind irgendwelche Lebewesen weiter? Sind irgendwelche Lebewesen weiter? Ja würde ich mal sagen. 2 Stück. 2 Stück. Okay. Ich albern auch so rum ne? Ja ja. Ja sie sind ganz festliche Circles oder? Also Schwänze haben sie ja. Das kann man auch falsch verstehen. Das kann man auch falsch verstehen. Ich glaube wenn du ihn weiterbinderst du darfst du lange. Okay gut dann muss er nicht. Komm Niki es vergiss. Wir kommen die Kennen in der Base. Niki es darf der jetzt weiterleben. Den interessiert es schon Niki. Wir müssen das mal mit Tilda nochmal machen. Tilda? Ja müssen wir. Das ist bestimmt witzig. Aber Hanni du musst nicht immer noch fangen. Nö nö. Dich hab ich mittlerweile aufgegeben. Ich spiel lieber mit Kevin. Schon fies. Weißt du ich spiel mit dir und machst jetzt kein Spiel mehr. Ja ja wo bist du? Weiß ich nicht. Wie sieht deine Umgebung aus? Steinig. Wir bleiben dabei. Steinig. Ist irgendetwas besonderes bei diesen Steinen? Was soll die hier? Ich gucke mal an. Ich würde sagen 3 Platten. 4 Platten so. 2 Kleine. 3 Kleine und die zweite Reihe ist etwas dicker. Okay. Also zeigst du auch die Kleinen mit oder ähm. Die ganz große? Ähm. Ein paar kleine Platten habe ich hier. Ähm. Sind es eher so Streifen oder so die Ecke? So wie Ziegeldinger wenn du so machst. Nur ein Grau. Ziegel? Äh. Sind aber auch leicht gebogen. Also nicht gerade Textur haben sie auch nicht gerade. Okay. So. Sind irgendwas für die gewesen oder so? Immer noch zwei Stück. Ne einer. Zwei. Doch zwei. Hallo Kevin. Hallo. Mann, ich hätte dir einen Schwanz und streichen können. Gerade eben oder? Also sind es äh irgendwelche besonderen Lebewesen bei dir? Ich werde mal spezifischer. auch grau sind noch bilder davon zwei stück hinter mir möchtest du so ja würde ich mal sagen ja zwei bilder ich würde sagen 12 zykloten jeweils anders gekleidet die landlaube es war aber ich habe mich in dieses cool ding reingesetzt nicht so schlau der hat sich komplett dafür hier und alle meine zwei machen also woher dies jetzt der umgebung so aus immer noch steinig ganz schön viel ansteigen die stadt kommt ungefähr wir haben es wollen der mitte der mitte sind ja auch bei dir so was große stein kaufen dass die mitte so eine blüte in der mitte so eine blüte würde ich sagen ja ja so eine blüte ist in der mitte so ein lotus ja so ein lotus blüte ja ja genau nein zurück wieder sind bei dir wieder so was denn hallo oh gott mama mia santa maria er hat die falsche zirken er hat mich gewollt aber er hat mich nicht er hat mich an die zwei gemacht ich habe die zwei von dem geboren block die auf dich gemacht ja und jetzt jetzt greift er mich schon wieder an es ist freund, träne, po ich weiß dass du hier irgendwo bist ich weiß dass du hier irgendwo bist oder du hast cool, irgendwie du's gemacht und hast irgendwie irgendwas gemacht ich finde ja schon wieder ein Mensch so wie ist die dann um die umgebebungen jetzt so so ist die schön oder? ah, hat mich ach, ich habe mich ach, stade ja mein nigger, wie findest du eigentlich so den Body wirklich? ich habe bei der zwei als Seg, die war grad Seg, die habe ich geschwürt ich hab mich einfach nur schon so Okay, wann wir jetzt sagen, wann wir jetzt sagen, wir machen das nochmal, aber ohne dass einer anderen behindern darf?